Ok Richtung Nord Drüben ist eine Dankstelle, Vorsicht, ich mache trotzdem mal das Visier drauf Ja, herzlich willkommen zurück auf den Kanal Ein kleines Vorwort Wir gehen das erste Mal von dieser Landezone nach Tiger Bay rein Also wir wissen nichts wo Feinde sind, wie viele Feinde da sind Es wird ein paar Cuts geben, weil wir auch ein, zweimal drauf gehen Wir werden zwar die Mission abschließen Ja, aber seht selbst, viel Spaß dabei Und los geht's Das ist unser Anlaufpunkt Ah da hinten, Dankstelle ist Kontakt Richtung 60 Grüner LKW Zwischen LKW und Dankstelle sind wir hier Und unter dem Zelt auch Also wir sollten mehr links gehen Ok, ich bin am Gebäude Warte mal Ja, ja, ich bin dran Der wollte wieder nicht über den Zaun, wo ich drüber wollte Der Blaue genau vor dir, da geht's Hinten über den Zaun wollte er bei mir nicht Schon nicht Bleib du mal hier, bleib du mal hier Ok, selber Straße Richtung Westen Salber Gehen wir hier in den Compound rein Gehen wir die Bauer Ich gehe rechts rum Um's Haus Ich bin am überhitzen Ja, wir machen kurz Bauer Ja, wir machen kurz Bauer Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte Kontakt Mehrere, bleib hinten Ich bin tot Fug, bleib hinten im Haus Machst du einen nach dem anderen weg Ich komm wieder Ja Leute, zur Info Lichty ist auch draufgegangen Während meines Flugs Und ich versuche jetzt zuerst mal allein hier zu meiner Ausrüstung zu kommen Und Lichty kommt jetzt gleich mit dem Heli nach Ich bin tot 3 ausgeschaltet nein nicht nein 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 ich will auf die karte wo ist denn der der gerichter handgranate munition hellig unterwegs ich kämpfe ein bisschen die sind außen rum die sind an der mauer licht die vorsicht ich habe noch keine hubschrauber apelie ok muss unbedingt meine ausrüstung kommen raven auf station richtig bleibt bleibt beim ersten haus wo wir lagen ja beim ersten haus wurde nicht über die mauer gekommen bist wo ich am zaun hängen geblieben bin richtig ich habe mich gerade halbwegs wieder zusammengeflickt okay bleibe erstmal am ersten haus am ersten haus was was ist passiert? haben noch einen ich muss aber erstmal außerhalb des Kompans schauen, Lüchte ich war mir auf den weg zu dem haus scheiße der hat mich angefreckt muss mich nähen nicht nähen aber tourniqui ok ja 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 ok ich bin wieder beim ersten haus vor einer Ecke ja ich bin noch hinter am haus ja du siehst mich gleich ja ich seh dich ich muss mal kurz verschneiden ok du hast deine Ausrüstung gekriegt ich habe alles ja ich muss hier vorne gleich an der Ecke in die Toilette rein ja wir können auch hier über die Marburg ganz normal geh du hier an der Ecke an der Ecke über dem Marburg ich gehe erstmal durch den Busch ich bin da vorne noch ich muss hier rüber ja keine Lootrunde na ja ich weiß ich muss nur eben wieder alles so räumen wieder alles so räumen dass ich's hab so nachladen und jetzt Magazine voll machen genau versuch dich erstmal ok ich schaue mal von an der Straße Richtung Nordwest habe ich glaube ich Kontakte gesehen das sind jede Menge oh das sind jede Menge drei bist du denn außerhalb oder innerhalb innerhalb ich sehe den aber nicht ich bin jetzt bei dir ja ich wollte mir gerade noch eine Handkanade suchen weil der eine war so lieb und hatte eine Handkanade dabei, der nieder nett ok, Lichter beginnen hier über den Zaun Richtung Nord wo ich den ersten erschossen habe bin schon drüber, du auch, komm nächster Zaun, gehen wir drüber ok, da ist auch wieder was drin soll ich rüber kommen? ja, 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 kanns das ist außerhalb Richtung West schießen die rein nachbarkunstück hört sich an ne, da können wir rein, bleib du mal hier, ich geh mal rein einen habe ich soll ich nachkommen? noch nicht, noch nicht warte, warte ok, ich komme selber stelle rüber aber bleib hinterm Haus erstmal ich höre hier draußen jede Menge Geräusche zwei Kopfschüsse verteilt noch ein dritter da die sind alle Richtung Nord ja hier rechts neben uns hinter der Mauer höre ich auch die Leute quatschen ja da sind sie auch ich lade nach links sind sie aber auch, links sind sie auch ich schau, siehst du das blaue Tor vorne? wo bist du denn? ich bin vorne, hier achso das blaue Tor links, rechts, ich schau rechts raus warte mal, ich bin mal geh runter, kopf runter rot blinde, wie ich das Ding hasse ja, 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 bleibe in Deckung ich habe einen ich hatte die Idee, nämlich gerade über die Mauer gucken und dann schießen aber da habe ich gerade das falsche Visier drauf ich sehe den nicht ich habe da eine Granate rüber ich habe einen ich gehe wieder rein, komm bei uns, bin drin machen wir die Tür auf, bitte ich blute leicht Törniki ran also da Richtung Nordost, da ist ich bin ich bin im Haus, ich bin im Haus, ich bin im Haus, ich verbinde mich mal kurz, ich bin ein bisschen, ich habe Knochenbrüche alles Blut ist sch... ne, geht runter Törniki ran, dann verarzt ich mich erstmal Knochen gebrochen der Verbandskasten hier im Haus, ne ok, ich habe trotzdem noch eine Verband ran woher sind wir denn schon gekommen naja gut, gut, gut erstmal uns trinken wir müssen ja so, ich jetzt auch so komm bei raus und dann rechts rum, oder? naja ja, eher links links rechts Kombination also wir müssen die Straße vor bis zu dem grünen Baum, der auf der Straße steht und dann rechts vor lad nach ich schaue erstmal zu, dass ich da vorkomme äh... hier hängt einer an der Wand ja, lass ihn hängen richtig ja also ich gehe raus und gegenüber ins Haus ich bin in der Garage schau mal, siehst du mich? ja gut, hierher kommen oh, da oben sind Leute ja, erkannt ich versuche mal hier im Haus durch komm mit wo willst du denn hin? ja, Tür raus ja, kann man immer gebrauchen ok ok, gelbes Haus neben uns, links da gehen wir rein ich bin drüber ne, die ist verschlossen scheiße weiter gehen Richtung Nord Ost ok wir gehen über den Kumpan drüber über die Mauer da sind wir gleich an der Straße die am Wasser hoch geht ja, ich bin erschöpft geh doch schon mal drüber geh drüber geh drüber lass mal um die Ecke gucken haha warte, lass mich mal ja, da musst du runter ja ok, geh drüber, bleib dahinter erschöpft Garage ich geh rein mehrer so Garagen ja die könnten uns eigentlich einen schönen Weg geben auf jeden Fall eine ganze Ecke weiter hoch kommen wir dann mit das ist richtig geh weiter, geh weiter, geh weiter geh weiter ich geh mal kurz durch alles klar hier liegt irgendwas rum Makarele mit irgendeine Soße ich esse die jetzt scheiß drauf das ist wahrscheinlich wieder dehydrierend aber ich brauche Energie Energie geht hoch Hydration geht runter ich trinke was boah, die sind nämlich auch gerade ok, schauen wir Richtung Nord ja da ist der blaue die blauen äh zelter ja auf der rechten Seite von dem Weg von der Straße genau, wir müssen auf links die Balme die einzelstehende Balme circa so ich geh mal vor ich geh raus die falsche Taste ich check kurz mal die Straße oh da oben steht einer warte ne ich schieße nicht gehen wir runter in die Hocker Ziel ist das blaue Zelt Richtung Nord ich schau rechts ich schau rechts rechts weiter gehen blaues Zelt schneller ok, komm nach, komm nach, komm nach weiter, 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 weiter genau die gehen übers Wasser bleiben im Wasser ein paar habe ich abgekriegt oh, dahin hinterm Zelt ist einer bleib drin, bleib bleib wo du bist im Zelt waren zwei Mann richtig geht zurück wenn der nicht ganz ich sitz unter der Böschung ich bin im Zelt ich bin im weißen Zelt ich bin rechts von dir im Wasser ich bin immer noch Zelt kommt kommt einer auf den Zugrand aus Richtung 350 habe ich Gott ich habe jetzt drei Marazine auf den angeheimert ok, ich bin leicht verwundert ich versorge mich kurz ich bin erst mal aus dem Wasser rausgekommen weil das Wasser zieht auch ja ok, hier drin ist ein Medizin Zeug ein circuit ein circuit das war es hier hinten liegt noch ein circuit wenn du brauchst liegt hier, komm ins Zelt komm hinten rum hier ins Zelt hier liegt ein circuit ja, wo ich bin da liegt es kurios das kann man immer gebrauchen ok, Kontakte vor uns ja, sie flog sich hier noch drinnen ein ausgeschaltet vorne bei der Baracke oben an der Straße ist der Richtung West zieh dich zurück scheiß Zelt, Zelt bringt nichts nee, Zelt hat keine Deckung also ich höre Leute rechts von uns höre ich welche gehe ins gelbe Haus gelbe Haus gelbe Haus hier wo ich bin den rechts habe ich links ist noch einer im weißen Zelt komm hier rum, komm hier rum wir gehen weiter wir gehen weiter oh, ich fang hier Blut ich fang hier Blut ja, geh hinten rum ums Haus geh in Deckung ein Stück weiter vor musst du noch du bist nicht ganz entdeckunglich hier ah, die schießen von vorne und von hinten ich gehe vor ich habe drei Treffer abgekriegt ich bin tot ich liege im Wasser nee doch ich gehe unten am Fluss entlang bis hinter zum gelben Hütter bin an der gelben Hütter gehe weiter weiße Hütter ich hoffe ich hoffe dass die Amangadava komme ja, ich auch doch, bin dran ok ähm Zustand Wester inspect 100% inspect ne oben 66% kürtel noch kürtel noch kürtel noch im Moment im Moment habe ich mein Zeug mein Stuff ich lasse schwer ins Herzens die AK und die Weste hier ne die Weste musst du, musst du ich lasse ja auch meine Weste da ein paar Sachen muss man einfach dann auch wegschmeißen ich weiß schwer ins Herzens aber es bringt nichts die AK nehme ich mit ich müsste alles soweit haben gut mach jetzt hier noch füllen so ok ich gehe weiter vor Richtung 60 scheint gut auszusehen hier und da müssen wir uns wieder zurückkämpfen ne naja ok den einen habe ich hier hinten erschossen, der hier im Wasser stand Task komplett genau und zurück erstmal blaues Zeil oh nach rechts rum du kriegst so eine gefeuert von mir, sag ich dir immer noch nicht luden bitte weißes Haus bin rum gelbes Haus bin da bin in einem weißen Haus bin am Zelt im Wasser bin durch blaues Zelt ich überhitze ja ich bleib am blauen Zelt ich bräuchte, ich mache es einfach eine Dose ja ich auch ja ich habe das Cray dabei ja ich auch aber ich trinke Wasser ich trinke lieber Wasser ja ne ich hatte jetzt beides ziemlich weit unten ok fit ja ok richtung 165 süd wir rücken ab Mauer blaues Tor Kontakte links zwei Stück Kontakte rechts oben Vorsicht blaues Tor drin auch drin hier durch überhitzt wir gehen bis ans Ende vom Compound dort Pause ok Mauer bin drüber ok und hoch Richtung 210 ins Haus in drin sag mal wo ist denn das Haus wo wir durchmarschiert sind da sind wir doch hier ja Poliziner sind voll Kontakt dort noch einer auf der Straße dort so die griechende Granate ja oh da ist noch einer vorne da aus Elvis pass auf ja er hat mich erwischt geht zurück haus geht zurück haus bleibt da bleibt da bleibt da bleibt da bleibt ich check die Straße scheiße arm und bein ein habe ich scheiße Munition aller ich muss zurück ins Haus bin im Haus bin wieder Straße muss auf muss auf nachladen 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 so dreist ich habe die Tür aufgemacht aber ein komm mit oh der ist links von uns links ist einer licht die vorsicht oh mich haben sie ganz schön erwischt ich gehe zurück ins haus ich muss ins haus mich haben sie beide erwischt ich komme auch ins haus ich gehe aber hoch äh ich muss sogar nähen dann törnikeer an komm die treppe hoch vorsicht immer hier rein gehen wir hier rein genau da kommen die treppe hoch treppe hoch richtig was denn ja ich habe doch ja ich habe aber auch drauf geschossen da in meine richtung ich muss nähen ich muss nähen ja schon mal gut ich meine es ist gut wenn man nichts sieht ähm kommen wir hier rein sie kommen rein ja ja dann schau lass doch nicht erst in die Tür kommen die schießen von unten schon drauf du bist voneinander am Fenster vorsicht munition wird knapp leute so ich bin erstmal wieder fit ich esse kurz was ich versuche jetzt über die treppe runter zu gehen ok mir fehlt ein halber liter blut ich habe noch ein bisschen ich gehe mal die treppe runter legt die vorsicht lass mich über da vorne lass mich doch eben geh doch mal nach vorne eine war hier unten hab ihn noch einer hier hab ihn ok die schießen rein moment muss nachladen überleg ich gerade ob ich die Hand kann also ich Fenster werfen kann tja wenn du triffst bleib unten bleib unten ok ich bin vorne an der Straße warte 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 ok ich bin Straße ich bin Straße komm mal ja sieht gut aus wir gehen rüber blaues so ja kontakte rechts kontakte rechts gehe rein gehe rein gehe rein ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ok warte warte nachladen nachladen ich werfe eine granate ich hab keine mehr ja ich sag ja ich ich habe alle magazine und her hier ok ich gebe über die Mauer hin drüber na toll ich hüpfe vor der Mauer hoch verschnallen 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 kurz trinken ich muss kurz nochmal hier gucken nein hab nix ok nächste Mauer Richtung Südost ich bin drüber ich bin drüber links entlang leg die mit Not nicht wahr doch Alter alles unterwegs ok einer kommt rein ja ok an der Stelle hier machen wir dann auch Schluss denn wir ich werde auch nicht überleben ich kämpfe mich hier bloß noch frei von den Geistern die mich da angreifen und ihr merkt selber wir sind nicht die Profis auf dem Gebiet hier und wir versuchen aber dazu zu lernen und es kann nur noch besser werden nichtsdestotrotz danke ich euch fürs zuschauen lasst Kommentare da lasst ein Like da Abo da macht die Glocke an bis zum nächsten Mal und tschüss los lehe lise unterwegs fuck my life ey max u im im im